Und könnt ihr ruhig spammen. Umso mehr, umso besser, falls ihr es nicht kopieren sollte. Dann gehen wir wieder hier in unseren Roads rein. Wir sehen, Pata 2 gezwitscht. Und drücken STRG-V für Einfügen. So, das können wir hier weg machen. Jetzt haben wir hier unsere Melodie. Man kann hier zum Beispiel... Hört sich aber ein bisschen komisch an. Jetzt können wir ein bisschen Schmackes hier mit reinbringen. Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Probiert aus mit den Noten. Noten an sich sind ja so eine Sache. Wichtig ist, ich kann ja sowieso keine Noten, wichtig ist nur, dass man einfach hört. Dass man weiß, hört sich das gerade an oder hört sich das vollkommen schief an. Dann korrigiert man das einfach. Wenn da irgendwas ist, was einem nicht so gefällt, dann korrigiert das einfach. Lass das nicht so. Ist ja jetzt nur ein Beispiel. Hört sich sehr durcheinander und komisch an. Aber wie gesagt, das ist nur ein Tutorial, damit man sich mit dem Programm ein bisschen abfindet. Man kann jetzt hier noch mehr Pattern erstellen. Man kann jetzt das dritte Pattern machen. Und dann können wir zum Beispiel die Drums machen, indem wir halt hier, wie ich das schon mal gemacht habe, in Packs reingehen. Drums, Kicks. Und dann können wir hier die einfach da reinziehen. Und dann können wir anstatt... Ich mach das mal wieder ein bisschen lauter. Dann können wir anstatt die Piano Wall benutzen, benutzen wir hier unseren Step Sequencer. Indem wir einfach hier die Punkte hinsetzen. So. Dann ganz wichtig, wenn man hier das erste Mal arbeiten sollte und keine Ahnung hat, was dieser Farbenunterschied bedeutet, einfach mal das Metronom anmachen hier oben. So. Natürlich wieder auf Step Sequencer switchen mit diesem Schwimmbutton. Und wir hören, die Kick tickt genauso wie das Metronom. Ein Vierviertel Takt. Wenn ich das mal so mache. Ganz normal. Dann haben wir hier unser Snare schon reingeladen. Vielleicht eine andere Snare. Nehmen wir mal die. Zack. Bei Samples zum Beispiel. Metronom kann aus. Und wir hören, es hört sich alles gerade an. So soll es auch sein. Bei Plugins. Ja, Plugins sehen natürlich alle unterschiedlich aus. Wir haben hier auch noch ganz viele andere Einstellungen für die Sounds. Und natürlich auch die Plugins an sich haben sehr viele Einstellungen. Damit muss man sich, ähm, muss man sich nicht auseinandersetzen. Aber irgendwann, wenn man so lange Musik macht, wird man sich damit auseinandersetzen. Und will das auch, weil es Spaß macht. Meiner Meinung nach. Ähm, hier gibt es auch so ein paar Sachen. Aber das ist für Anfänger auch erstmal nicht so wichtig. Ähm, kommen wir nun erstmal zu der nächsten Sache. Es gibt übrigens nicht nur diese Samples. Es gibt natürlich noch haufenweise im Internet. Ähm, die könnt ihr euch einfach runterladen. Oder, ähm, ihr, ihr guckt euch noch hier in den anderen Ordner um. Ich habe hier noch ganz verschiedene drinne, die ich mir selber reingemacht habe. Da, die sind als Standard-Sounds nicht vorhanden. Zum Beispiel das J-Force Sample Pack. Die habe ich mir mal runtergeladen. Da sind sehr gute, naja, Sounds drinne. Ähm, so, wie ich schon mal erwähnt habe, man kann auch die Sounds in die Playlist ziehen. Das kann ich ja ganz kurz mal zeigen. Ähm, gehen wir mal wieder in Drums, Kicks. Und dann können wir zum Beispiel hier irgendeine Kick hier reinziehen. Zack. Sollte das nicht funktionieren, wie gesagt, dann habt ihr, ähm, eine Version, wo das nicht möglich ist. Ich habe die, naja, beste. Die für 280. Äh, bei der Producer Edition bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob die das geändert haben. Aber ich glaube, das müsste immer noch nicht gehen. Dass man bei der Producer Edition hier Sounds reinziehen kann. Bin ich mir nicht sicher. Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. So, da haben wir jetzt eine Kick da reingezogen. Und eine Snare. Zack. So, wir sehen auch, das wird hier geladen. Nun, wo ist denn jetzt das andere hin? Ist das jetzt etwa weg? Nein, das ist nicht weg. Man kann hier oben, ähm, ja, die Kategorien auswählen. Wir haben entweder hier alles. Audio. Und, äh, unsorted. Also, unsortiert. Da sind die Sachen drin bei unsortiert. Oder ihr geht einfach auf alle. Da seht ihr dann auch wirklich alles. Also ist nichts weg. Wir können jetzt mal die Playlist größer machen. Mit Steuerung und Scrollen, ranzoomen. Und, äh, hier mit diesem kleinen Zeichen, das ein bisschen fetter machen. Und dann können wir jetzt die Drogams zum Beispiel einfach hier standardgemäß ziehen. Mit, ähm, Shift können wir dann die Sounds kopieren. Zack. Also, Shift drücken und dann ziehen. Werden wir jetzt mal wieder auf die Playlist switchen. So, dann markieren wir das Ganze, drücken wie der Shift für das Kopieren. Zum Beispiel. Da kann man auch noch eine Head hin machen. In die Playlist rein. Nehmen wir mal einfach das hier. Ist doch Wumpe. So. Wenn wir jetzt Doppelklick drauf machen, dann können wir das Ganze, dann sehen wir unser Sample. Da öffnet sich ein schönes Fenster. Da können wir dann hier einfach das leise machen. Jeder dieser Samples hat so ein schönes Fenster. Also kann man theoretisch alles leiser und lauter nochmal extra machen. Wir haben jetzt hier mal die Head ein bisschen leiser gemacht. Mit Steuerung markieren. Shift drücken wieder. Das gleiche wie immer. Zack. Zack. Rechtsklick. Brauchen wir gar nicht weg machen. Alles wunderbar. So. Zum Beispiel. Genau was hier ist, kann man natürlich auch im Step Sequencer machen. Kommt drauf an, wer das mag. Ich mag es eher in der Playlist zu arbeiten. Manche machen das aber auch so. Die machen das hier einfach im Step Sequencer hin. Wie gesagt, wir können hier oben nochmal auf 1 gehen, auf 2. Da sind unsere Sachen noch da. Auf 3 sind dann unsere Drums. Wir können jetzt hier zum Beispiel das wieder weg machen. So mit Rechtsklick. Gelöscht ist das nicht. Die Sounds sind immer noch da. Die sind hier. Die kann man dann einfach wieder reinziehen. Oder man macht hier oben Rechtsklick drauf. Dann öffnen sich die Patterns. Was wir hier alles gemacht haben. Klavier. Unter dieses komische Rode. Und nochmal die Drums. Hier bei All können wir auch nochmal die ganzen Sounds sehen. Und die Plugins. Und die Plugins. Die sind aber erstmal hier unwichtig. Die haben wir auch hier drinnen. Gut. Hier wie gesagt haben wir unsere Drums auch noch vorhin gemacht. Da können wir jetzt zum Beispiel auf die Kick, die wir gar nicht brauchen, auf eine Head ziehen. Oder eine andere. Oder eine andere. Irgendwas. Nehmen wir die. So. Und die können wir dann auch hier hinsetzen. Zack. Und wir sind auf Pattern 3. Und jetzt legen wir einfach. Ah. Jetzt ist noch das Sample aktiviert. Das heißt wir machen das mal weg. Machen wir Rechtsklick drauf. Und aktivieren unsere Drums. Zack. So. Und dann legen wir das hier sehr schön hin. Zu empfehlen ist das Werkzeug. Hier oben sind übrigens die Werkzeuge. Zu empfehlen ist das Werkzeug der Pinsel. Und der Stift zum Verschieben und zum Bearbeiten. Werdet ihr wahrscheinlich dann irgendwann merken. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Einfach mal gucken. Ein bisschen rumtesten. Wo hier was ist. Und das Problem wird sich dann wahrscheinlich von selbst lösen. Und ihr guckt euch noch ein anderes Tutorial an. Ähm. Ja. Jetzt haben wir die Drums noch hingelegt. Können wir das theoretisch abspielen. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. So. Wir haben jetzt hier unsere Plugins. Unsere Sounds. Und hier auch noch Sounds von der Playlist. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Fenster. Das wäre nämlich der Mixer. Und ich glaube das wäre auch das letzte Fenster. Natürlich gibt es noch andere Plugins. Nicht nur dieses Piano. Nicht nur das, was hier in Instrumente drin ist. Sondern auch noch andere gute Plugins, die ihr mitgekauft habt. Je nachdem, welche Version ihr gekauft habt. Ähm. Umso mehr Geld sie kostet, umso höher die Version ist. Umso mehr Plugins sind natürlich mitgekauft und könnt ihr auch verwenden. Wenn wir jetzt mal rechtsklicken, wir klonen erstmal das Plugin. Es gibt hier eine Rechtsklick-Funktion. Zack. Da hat man noch mehr sehr viel Auswahl. Zum Beispiel gehen wir jetzt mal in das Grand Piano. Und ich möchte jetzt die Noten, die hier sind, komplett alles kopieren auf einen anderen Pattern. Dann mache ich hier Rechtsklick drauf und dann Kopie. Zack. Und dann gehe ich mal in einem leeren Pattern. So, Pattern 4. Mach hier Rechtsklick wieder drauf und dann Past. Wir können auch in dem anderen Instrument Past nehmen. Dann haben wir hier einfach mal alles drin. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Wir können hier auch cutten. So. Ähm. Ja, wie gesagt, ich klone jetzt einfach mal das Plugin. Das heißt, wir machen einen Rechtsklick drauf. Klon. Jetzt haben wir das doppelt. Und jetzt kann ich das Plugin hier setzen mit Rechtsklick Replace. Und hier sehen wir dann noch weitere Plugins, die man benutzen kann. Da wäre zum Beispiel Sakura. Allerdings ist das, ähm, naja, eine Demo-Version. Und, äh, das habe ich sowieso falsch reingeladen. Das ist falsch. Moment. Nochmal. Also Rechtsklick. Zack. Replace. Warum ladet der das in Effekte rein? Ich verstehe es nicht. Replace. Okay, wir gehen einfach mal hier oben auf... Na, das müsste eigentlich funktionieren. Ich lasse mal Sakura weg. Nehmen wir mal ein anderes. Geht das hier. Das ist zum Beispiel richtig. Hier haben wir einen etwas, ja, einen etwas älteren Synth. Den kann man zum Beispiel nutzen. Oder Replace. Was haben wir noch? Ich habe natürlich hier viel mehr Sachen drin, weil ich mir noch Plugins installiert habe. Wie man Plugins installiert, ähm, werde ich wahrscheinlich mal irgendeinem anderen Tutorial zeigen. In diesem nicht. Das würde nämlich jetzt den Rahmen sprengen. Dann hat man zum Beispiel hier, was hat man denn noch? Ich gehe mal auf, oh, Pluginpicker, da hat man eine bessere Übersicht. Dann kann man hier unten auf Drums zum Beispiel, gibt es hier, ja, so ein Drum-Plugin. Die muss man dann aber allerdings in die Playlist hinpacken. Äh, in die Piano-Wall meine ich. So, das ist das gleiche System. Das ist eigentlich relativ gleich immer. So, haben wir eine Kick. Ja, von mir aus weiß ich doch nicht. Machen wir das... Wir machen einfach mal sowas. Irgendwas. So, und wenn wir jetzt in die Playlist switchen, wir können hier mit den Knöpfen das mal ausmachen. So, haben wir nur die Drums und packen mal das, was wir hier gerade gemacht haben. Einfach mal da hin. So. Sehr schön. Und dazu noch Piano und das andere. Also ihr habt, äh, auch noch sehr schöne Sounds hier mit drin. Zum Beispiel Citrus müsste eigentlich auch ganz gut sein. Citrus, wenn ich das mal finde. Citrus da. Das müsstet ihr eigentlich bei jeder Version mitgekauft haben. Da gibt es nämlich sehr viel Auswahl. Hier oben kann man nicht rechtsklick drauf machen. Und dann seht ihr die ganzen Presets, also die ganzen Vorlagen, ähm, die gemacht wurden. Zum Beispiel haben wir hier Zyn 6. Wenn wir jetzt mal weiterklicken. Also gibt es sehr viele gute Sounds. Ja. Ähm, ich lade aber mal wieder diesen, diesen Drums-Dings rein. Das fand ich ganz gut. Äh, na, rechtsklick, Replace, Open Plug-and-Picker. Ähm, Drums. Hier ist es. Zack. So. Jetzt ist es da wieder drauf. So. An sich eigentlich ganz schön für einen Anfang. Aber wer jetzt mehr Sound möchte, irgendwie mehr, ja, mehr Hall, mehr Effekte, kommen wir nämlich jetzt zum nächsten, zu der nächsten Sache. Und zwar der Mixer. Den hatte ich ja schon vorher erwähnt. Und wir werden nämlich jetzt diese Sounds hier, die wir haben, die Plugins, die Sounds und, äh, Deezer, auf, äh, unser Mixer verteilen. Das ist, äh, eigentlich auch ziemlich wichtig, der Mixer. Der ist schon ziemlich wichtig, wenn man Richtung Professionell möchte. Und zwar kann man jetzt, ähm, es kommt drauf an, wie das eingestellt ist. Bei euch müsste das ja eigentlich noch nicht sein. Egoniert das einfach mal. Ihr klickt einfach auf das, ähm, Sample drauf. Und, äh, dann, ja, öffnet sich so ein Fenster, wo ihr das Sample habt. Und hier oben bei Track könnt ihr, ja, die, die Mixer-Channel auswählen. Wir sehen schon, dass hier ist auf 1. Wir gehen mal hier auf Head. So, hier ist nichts. Das schalten wir mal auf 2. Und wir sehen hier, im Mixer wird's auf 2 geschaltet. Dann öffnen wir das hier. Das machen wir mal auf 3. Öffnen wir das. Machen wir mal auf 4. Öffnen wir das hier. Das machen wir auf 5. Und das kommt mal auf 6. So, wenn wir jetzt mal Play drücken, sehen wir, alles ist auf dem Mixer aufgeteilt. Wir können hier oben, äh, noch, naja, die, äh, Breite einstellen. Ich hab das Ganze immer ganz auf kompakt, weil ich das sehr übersichtlich finde, wenn ich sehr viele Kanäle benutze. Darum lass ich das auch mal so. Ähm, so bin ich's gewöhnt. So, wir haben hier alles verteilt. Wir sehen auch, wenn wir hier überall raufklicken, dann switcht das hier unten hin und her. Und wir sehen auch im Play drücken, dass sich das bewegt. Äh, jetzt können wir zum Beispiel, wenn wir die Kick anklicken, wir sehen, die ist auf 1, können wir auf die 1 Effekte legen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie und wo finde ich die Effekte und was gibt es für Effekte. Ähm, wir gehen hier auf Channel 1. Wir können das hier auch durchklicken. Wir gehen auf Channel 1. Und hier an der Seite kommen die ganzen Effekte rein. Da machen wir mal Rechtsklick drauf. Oder auch noch, etwas einfacher für Anfänger, Linksklick. Da ist das Fenster ziemlich übersichtlich. Da sind die ganzen Effekte, ähm, die ihr benutzen könnt. Wie gesagt, bei mir ist wieder viel mehr. Sind zwar keine Effekte, aber... ... ... ... ... ... Vielen Dank.